hallo 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 meine liebe community guckt mal mein kämmerchen ich bin in island und ich freue mich enorm da mein wühlbett ich bin ja eine wühlmaus und da mein gepäck für heute heute geht es nach raikjavik mit dem bus und danach freue ich mich unendlich wahlmuseum und wahlbeobachtungsfahrt ich hoffe das wetter macht uns keinen strich durch die rechnung ist es eher durch wachsen aber naja gut ist das halt so muss man gucken da ihr seht ist ein bisschen grau 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 macht aber nichts kann sich hier minütlich ändern ich hoffe ihr werdet ich sehe krank da hotel liegt jetzt noch ein bisschen abseits ein bisschen so industrie zonen mäßig ist aber gar nicht schlimm ist ruhig hier nachts und das tschuldigung ich bin mit der gardina am fummeln ist ja das wichtigste da bin ich hey na da bin ich guckt mal ich sehe doch fantastisch aus oder nein ich habe gerade gefrühstückt eher spartanisch und jetzt geht's los ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten und wer darf nicht fehlen wen habe ich mitgenommen meinen dudu der ist immer dabei seit ich vier jahre alt bin so meine süßen fernseher wird er nicht benutzt bis bald ich halte euch auf dem laufenden tschüss küsschen auf dem laufenden tschüsschen